Moin Moin und damit Willkommen zu einem Voice-Over. Wir bauen noch einmal gemeinsam Karten, das haben sich ja in letzter Zeit ein paar wieder gewünscht. Es gab auch wieder ein paar Fragen zu der Hawena-Karte und natürlich den allen anderen Karten, wie ich sowas baue. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, das war das 150 Abonnenten-Special. Und ich möchte hier gerne nochmal was nachreichen, weil ich hatte sowieso gerade nichts zu tun. Beziehungsweise das sind jetzt die Aufnahmen aus dem Livestream, den ihr vielleicht gesehen hattet, das war der dritte Livestream. Da habe ich dann, als die anderen über Exoten geredet haben, nebenbei so ein bisschen angefangen mit der Karte Festum. Die wollen wir jetzt ja demnächst bespielen und darum soll es gehen. Ich dachte mir einfach, okay, dann kann ich das eh einmal aufnehmen, wie ich die Karte baue und dann nicht schon das fertige Ergebnis präsentieren. Was ich zuerst mache, wir ziehen uns sämtliche Karten, die wir haben von Festum. Da gibt es jetzt diese hier, die ihr gerade seht. Dann eine etwas neuere, ich glaube das ist dann zum Fünfer-Regelwerk. Die ist dann auch teilweise beschriftet, die könnt ihr dann über der normalen Karte sehen. Die ist jetzt neu herausgegeben worden von Ulysses, das kennt man noch an dem Zeichenstil. Und dann gibt es noch eine zweite Karte, die ist komplett weiß. Ich glaube die stammt sogar dann noch aus den DSA-2-Zeiten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ich weiß das nicht genau. Ich habe zumindest in meinem großen Kartenordner, da sind unglaublich viele Karten drin, habe ich dann nachgeguckt. Und da warte ich noch drin und da werde ich dann euch gleich nochmal zeigen, was ich damit mache. Das Ganze ist mit einem vierfachen Vorlauf, also nicht wundern, wenn ihr da nochmal direkt dabei sein wollt. Ich glaube das ganze Ding, also ich habe jetzt 50 Minuten so in dem Dreh gebraucht, um die Karte aufzubauen. Das ging also nach der Zeit so ein bisschen schneller. Da fehlen jetzt noch ganz viele Token und so ein Blödsinn. Aber 50 Minuten, um so eine Stadtkarte aufzubauen. Dann habt ihr mal einen groben Anhalt. Wo kommen jetzt die anderen Bilder her? Ja, ich habe mir den Regionalbrand angeguckt. Das ist der Land der Schwarzen Bären. Da liest man eben, dass die Stadt eine Planstadt ist, also rechtwinklig alles. Alte Speicherhäuser, unter anderem dann auch von Störrebrand und ein paar anderen Händlern. Und ja, das Bornland ist normalerweise sehr russisch angehaucht. Aber jetzt gerade für so eine Hafenstadt, Speicherstadt, habe ich mir dann gedacht, ich google einfach mal. Das habe ich dann getan. Das sind jetzt Bilder von Hamburg. Also Hamburg Speicherstadt einfach eingegeben. Und das, was mir dann Google ausgespuckt hat, habe ich mir dann gespeichert und dann einfach hier raufgezogen. Bei den Bildern ist es dann quasi auch egal, wie klein oder groß sie sind. Das sind ja eh nur Stimmungsbilder. Und die sollten dann so klein oder groß sein, dass das sinnig ist und dann einfach um die Karte herumziehen. Mehr ist das gar nicht. Achtet da dann, wie gesagt, auch oben rechts. Das habe ich einmal in rot markiert, welchem Layer ich arbeite. Die Karten werden alle im Background-Layer, also in den untersten reingezogen. Und die späteren unsichtbaren Objekte sind dann im Object-Layer. Damit die Spieler die auch anklicken können. Die sind zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht drauf. Also das, was ich als erstes gemacht habe, ist, dass ich die Kartenmaßstäbe angepasst habe. Das konntet ihr dann auch schon sehen. Also jetzt gerade genau unten. Und wenn ihr auf der Karte dann oben rechts guckt oder irgendwo anders auf dem Rand, sind dann Maßstäbe. Bei Valusa war das zum Beispiel auch der Fall. Und da müsstet ihr dann gucken, das ist jetzt die weiße Karte, die ich gerade reinziehe. Die lege ich jetzt über die bunte Karte. Warum mache ich das mit der weißen Karte? Ganz einfach, weil auf der weißen Karte sind jetzt schon Hausnummern eingezeichnet. Beziehungsweise keine Hausnummern, sondern die Häuser sind markiert und haben dann eine Nummer. Das heißt HA ist dann jetzt der Hafen. Und das ist dann das Haus 10 oder 11 im Hafen. Da kann ich einfach in dem Land der Schwarzen Bären gucken. Was ist Haus 11 am Hafen dann für ein Haus? Und das gilt dann auch für den großen Marktplatz und für das Goblinviertel und Hisindedorf und wie sie alle heißen. Da kann ich dann einfach ziemlich einfach nachgucken, wo welche Häuser liegen. Sonst komme ich da an die Informationen gar nicht ran. Oder müsste dann ganz lange suchen. Aber wenn es so weiße Karten gibt, dann kann man die auch benutzen. Ja, was ich jetzt mache ist einfach nur, dass ich die unsichtbaren Tokens auf die Häuser ziehe. Und zwar genauso groß wie die Häuser sind, wird dann auch das unsichtbare Token einfach drauflegen. Und da sind noch überhaupt keine Informationen drin. Also da steht da einfach nur drin Minus im Token Layer. Warum Minus? Ja, damit es anklickbar ist. Das heißt, es muss irgendwas drinstehen, sonst kann man da nicht draufklicken. Und die Gebäude haben auch noch keinen Überschrift. Das heißt, wenn man da draufklickt, dann steht da nicht Rennbahn oder Garten oder Bohranteppel. Da steht dann einfach unsichtbar drauf. Das müsste dann noch einmal nachträglich geändert werden. Aber wie gesagt, alles was auf dieser weißen Karte jetzt eine Nummer hat, bekommt von mir einen unsichtbaren Token. Das ist das Erste. Jetzt gehe ich hin und lege mir mein PDF bzw. das Buch, erstmal völlig egal, lege ich mir jetzt neben den Computer und schreibe dann entweder aus dem Buch ab oder kann STRG, C, STRG, V arbeiten. Und den Text, der dann bei HA2 steht, kann ich dann da reinkopieren in den GM Layer. Ja, ganz wichtig, denn ich als GM will diese Information haben, wenn ich da draufklicke. Die Helden wissen natürlich nicht, was sich unter HA2 verbirgt. Und ja, dadurch steht da wieder nur ein Minus drin. Und gut, jetzt sowas wie ein Effa-Tempel, den könnt ihr euch da jetzt angucken. Die Informationen zu diesem Tempel stehen wieder im GM Layer drin. Aber von außen ist das natürlich auch als Tempel erkennbar. Also jetzt sowohl Effa als auch Swafnir, da sieht man von außen, dass das irgendwie kein normales Gebäude ist. Und deswegen kann man da auch dann sichtbare Objekte reinziehen. Also diese, die Götter-Token, die sind immer sichtbar bei mir. Gut, was mache ich jetzt? Ja, nach und nach die einzelnen Häuser abmarschieren. Hafenviertel, Marktplatz, dann gehe ich glaube ich rüber ins Sintedorf und so weiter. Und jedes einzelne Gebäude bekommt dann von mir den Text, der da drin steht. Das ist gar nicht so sehr schwer. So, wir haben mittlerweile alle Token. Aufzug. Und was ich dann mache ist, ja so eine weiße Karte sieht natürlich nicht ganz so hübsch aus. Deswegen ziehe ich die jetzt wieder runter. Die unsichtbaren Token bleiben an Ort und Stelle. Das kann natürlich sein, dass jetzt wenn die Karten nicht identisch aufeinander lagen, dass sie ganz leicht verschoben sind, diese unsichtbaren Token. Und was ich jetzt mache ist, dass ich einmal alles markiere hier mit der Maus, damit ich weiß, wo die unsichtbaren Token liegen, beziehungsweise Objects. Und ich muss dann nochmal nachziehen, weil wie gesagt, der Swafnir-Tempel lag nicht ganz auf dem Swafnir-Tempel drauf. Und ja, da muss ich halt noch ein bisschen nachjustieren und fein regeln. Und wenn das fertig ist, kann ich die Karte speichern. Ja, es gibt zu vielen alten Karten, gibt es diese weißen Dingerchen. Also das, was ich eben draufgezogen habe mit dem Hafengebäude 5, Hafengebäude 4. Also zu der Hawena-Karte gibt es das. Zu der Garret-Karte gibt es das, glaube ich, auch. Und ja, müsstet ihr euch einfach mal, müsstet ihr nochmal nachgucken, wo es das alles gibt. Aber zu vielen ist das da. Das ist jetzt nochmal das Schwanen-Objekt vom Festum. Und damit verdecke ich dann einfach nur das Ulysses-Logo, weil, naja, wir wollen kein Ulysses in der Kampagne sehen. Das ist natürlich halt klar, dass die Karte von da kommt. Aber ich will da nur, dass da Hafenwasser ist. Ja. Ja, so, und dann habe ich überlegt, das ist die alte Theater-Ritte-Kampagne, beziehungsweise die Spontan-Runde. Brauche ich da noch irgendwelche Token von? Sind da noch irgendwelche Leute, die ich nicht benutzt habe? Oder sind da irgendwelche generischen Leute dabei? Also sowas wie Verbrecher 1, Verbrecher 5, Stadtwache. Die kann ich dann mit rübernehmen. Wenn da jetzt irgendwelche namenhaften NPCs dabei sind, dann kann ich die natürlich nicht benutzen. Das Jurasha von Shosko zum Beispiel, die habe ich da schon benutzt. Und die hat den Festum nichts verloren. Die ist immer noch in Nersan. Und, naja, deswegen... Ja, nur diese namenlosen NPCs erstmal. Also wenn die irgendwie in der Gasse rumlaufen, dann könnte ich die mit einem generischen Räuber-Hauptmann ansprechen. Und ansonsten weiter Bilder suchen. Die findet ihr in den Weiten des Internet, TheWiredArt und Pinterest. Und da dann dann Token rausbauen. Das ist eure Karte. Das ist dann fertig. Also mehr gibt es da wirklich nicht zu sagen. Mehr mache ich nicht. Stimmungsbilder könnt ihr dann noch so ein bisschen hin und her ziehen und vielleicht ein bisschen verschieben oder so. Also das ist dann euer eigenes Gutdünken. Ihr könnt noch die Farbe vom Hintergrund könnt ihr euch noch anders aussuchen. Also ob das jetzt weiß ist oder gelb oder rot oder grasfarbend. Da gibt es dann ja auch von MapTool so ein paar Anregungen und Ideen. Das ist dann euch überlassen. Gut, das war's von mir. Ging relativ fix unter 15 Minuten. Alles dann im Vorlauf mal 4. Beziehungsweise dann sogar noch ein bisschen schneller. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es weitere Fragen gibt, ich stehe immer zur Verfügung. Schreibt mich einfach an unter dieses Video. Oder sonst wie. Ich helfe euch gerne weiter.